Was eh nicht funktioniert. Der steht doch direkt hinter mir. Oui! Warte kurz. Warte kurz. Hm. Hm. Das ist mein Punkt mit seiner letzten Sterbemrote. Ich hab sie einfach ignoriert. Oh Gott. Sie sind sehr schlecht am Norde. Ich hab das Gefühl bröckelt einfach nur die ganze Zeit irgendwie Putz von der Decke. So und hier noch um die Ecke. Okay, wir gucken nochmal. Haben wir jetzt alle Türen hier so weit? Ist noch das da vorne? Da kommen wir noch nicht durch. Hier guck ich mich dann was über und dann mal sehen ob ich... ...hier noch weiter komme. Wie? Ops. 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 Ging's jetzt eigentlich durch, Neva? Kann uns nur der kleine durch. Ne. Das fand ich mal so irgendwie so perfekt stehen muss. Wie über der Tür fallen. Völlig versperrt. Was meint der damit? Ich hab drei Schuss gefunden. Hm. So und 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 und. Bis wird uns das noch übrig? Was hat dann alles zu? Ich hab beide an der Stämme noch öffnen. Hm. Hm. Das könnte da wohl schon schon durch. Das muss ich vielleicht auch durch. Wie soll das gehen? Ich bin nämlich so groß. Vielleicht könnte man das ja noch irgendwie... irgendwie... Äh. Hup. Dieser Gegenstand könnte nicht benutzen. Was ist überhaupt da aufs benutzen? Puh. Aber das ist nicht so groß. Ich bin so großartig. Wie soll das denn jetzt machen? Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Eingänge. Das ist ja traumhaft an. Atrium Deinigung. Na jetzt hab ich doch den Schlüssel gefunden. Vielleicht muss ich dann vielleicht jetzt einfach außen rum, wenn hier alles zu ist. Von außen draußen. Dann komm ich doch die Dienstboteneingänge, klar. Die sind schon hinten irgendwo. Übers Hof. Übers Hof, ja. Miep. Ich will nicht schon wieder kämpfen. Ich hab doch keine Munition mehr. Wir laufen rukwärts. Oh oh. Zeit, oder? Nein, der kommt näher. Ich bin ein Axtmörder! Ohhhh. Das hast du nicht erwartet. Doch, eigentlich schon. Bitte heim ihn! Komm schon! Gibt's schon nicht. Der spart auf jeden Fall Munition. Ehh. Ist das wieder gut? Ja. Neu verkabelt. Das sieht aber toll aus. Wenn wir näher das machen. Ich fässe näher da ein. Erstmal... Ops. Ok, ok, ok. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Eigentlich verstehe ich es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich verstehe mal, dass heißt, dass alle 5 falsch verkabelt sind. Ach! Ups. 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 Verstehe. Schon gut. Schon gut. Ah! Uhhh. Verstehe ich nicht. Das Teil da oben mit dem da verbinden. Hm. Wie? Sind alle noch falsch? Okay, machen wir das. Ich verstehe mir ehrlich zu sein nicht, wie das verbunden werden muss. Ich hab letztlich so wenig Ahnung von Elektrizitätsgelumpe, aber das sieht eigentlich aus wie bunter war. Ich hab ja auch keine Hinweise an die Bekommen, oder? Nochmal den... Macht er jetzt einfach nur so, dass er schick aussieht. Das machen wir mal überkreuzt, den grünen und den gelben. Wir machen das überkreuzt. Nein. Doch. Und schlängeln die sich ganz schnell da lang. Nein. Ich weiß nicht, wie soll ich die da... Inseln liegen? Weil der ist jetzt zum Beispiel von dem gelben überdeckt. Das heißt, wollen wir den gelben lieber hier hin? Ich hab da gemacht, der rote da hinten. So. Wie lange werde ich wohl hier sitzen? Wenn ich die einfach alle... Das garantiert eh nicht. Eins war richtig. Eins... Ich hab das grün, weil es einzeln ist. Ach du Mist, ich... Was ist Mist, ich... Was ist Mist, ich... Ops, nein! Ops... Ops, gegen... Ops, 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 Ops... Ich muss noch mehr so... Ich glaub, die Oberhand kann ich echt nicht ändern. Wäre schlimm, wie es könnte. Hm. Wenn es da nicht passt, packen wir es da hin. Nein. Wenn es da nicht passt, packen wir es da hin. Wenn es da nicht passt... Da hängt ja echt alles durch. Wah! Was ist das? Was? Ach, liegen da klar. Biet. Nimm mal nach da oben, dann machen wir es da hin. Und noch eine Lämpse... Oh Gott. Oh Gott. Ich seh mich schon fünf Folgen hier nur an diesen guten Streize. Bitte! So naiv. Ich werde jetzt einfach bewusst erst, ob ich das Grüne über das weiße Kabel legen kann. Ach. Hm. Ich habe das Grüne über das weiße Kabel gelegt. Entschuldigung. Warte. Ich muss mich da irgendwie sofort drehen lassen. Ich habe doch keine Lust mehr hier irgendwie was zu machen. Oh, dieses eine Kugel nehme ich nicht. Was heißt dieses eine Kugeläppchen? Ich hätte irgendwie gerne einen Hinweis oder sowas. Ist da nicht noch irgendwas, was mir so ein... Klein... Wie viel ist das denn... Liebzettelchen? Oh Gott. Das große Spiel aufzunehmen. Oh nein. Oh Gott. Ah, das ist das hier schon wieder. Oh, ich bin so behindert. Und... Oh, wenn ich mal so behindert. Tadaa. XX1. Das ist doch wohl... Das lächerlichste, was wir bis jetzt hier gesehen haben. Also... Ich meine, damit mich... Sonst habe ich hier Strom angemacht und... Die Tür jetzt innen dran auf, oder? Aber... Es war jetzt nicht so ein Durchgang, wie ich ihn erhofft hatte. Ne. Oh, jetzt kommt's noch. Och, Dreck. Ne. Da fällt Dreck von der Decke. Können wir bitte nochmal... Ach guck, wir fangen einfach nur von vorne an. Das ist doch hier... Zugesperrt... Nein! Nein! Bitte! Bitte! Es hat sich aufgehängt! Nein! Das geht wieder! Oh Gott, das geht wieder. Das ist nicht... Was ist das mit diesem Spiel? Wie hier? Also, anfangen mit dem Hund. Das hatte ich beim ersten Mal solche Spiel, glaube ich, auch schon gehabt. Aber... Vielleicht ist das mit dem Strom repariert. Sollte ich da nicht irgendwie was mit Strom mit bewegen können? Ah, ich hab bestimmt wieder mal irgendwas übersehen. Hops! Sollten wir's gut haben? Nein! Das heißt, wir gehen wieder mal raus. Ich meine, einfach nur zum Generator neu verkabeln. Ist doch... Wird er direkt an dem Hotel dran oder... Wird er direkt an dem Hotel dran? Wird er direkt an dem Hotel dran? Eigentlich schon, oder? Ist das alles noch Hotelzeug? Oder ist das hier? 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 Oder macht das schon? Hm... 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 Ich höre ich noch irgendwas... Das große Spiellauf zu mir. Hm... Ich hab das eigentlich die hier wieder irgendwie falsch, aber... Ich hab Druck... Laufen langsam nochmal... So ein sehr sexy Dance hier vorbei. Es kommt schon theatralische Musik, selbst die Musik weiß meine Hilflosigkeit zu unterstreichen. Und dann macht die nicht nochmal was. Warum macht der nichts? Hm... Ja, das ist... Mhm... Ja... Das ist eindeutig, dass es... Eine Karte halt war. Es geht ja schon mit, sie aufzugreifen. Da stand ich mal drauf, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwas getan hat. Ah! Ops. So... Er sprengt da immer nur die Tür, oder? Das glaub ich, dass es der Aufzug war. Da... Gerade... Zu... Ah! Uh... Bing! Äh... Da ist er! Schon keiner gehört, dass ich jetzt hier bin. Munizio... Keine große Wahl, nur eine der Tassen scheint zu funktionieren. Natürlich! Das grenzt aber das Güte ein, das finde ich gut. Aber dass es ganz oben sein muss. Ich weiß nicht, was mit der Munizio ist. Das gefällt nicht. Was ich hier gefunden habe, ja, aber... Wir sind da unten, wo sie einen Bosse schießen. Ich weiß nicht. AHH! Alter! Ähm... Ich... Kenn' ich auch. Wieso? Aber die sind... Die tötet mich hier noch! Ich kann hier irgendwo nichts leisten. Die Tassen... Wieso? Sondern... Nein, nicht... Ich muss... Zu gucken. Vielleicht zu... Durch, aber... Nein, bei der Töten nicht. Ach, komm mal, ja, bin... Ich bin scheinbar keine Rechte. Und er soll die Oh oh! Oh wasser, ich war mir einfach auf. Club club club. Hier kommt doch keiner. Ich weiß schon, ob ich ihm die Zunge gefunden habe, aber... Wir fahren weiter. Moment, was? Wir fahren weiter. Kommt, da muss der Haus, da muss der Haus, da muss der Haus. Ja! Toll. Ich glaube, dieser Mühe ist etwas. Ich glaube, dieser Tür ist etwas. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Verzeihung, natürlich nicht. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Ich habe hier einen Speichepunkt. Ich habe hier einen Speichepunkt. Vielen Dank.